Robert Lehr war ein deutscher Politiker. Er war Mitglied des Parlamentarischen Rates und von 1950 bis 1953 Bundesminister des Innern. Leben. Lehr war Sohn von Oskar Lehr, dem späteren preußischen Generalmajor und luxemburgischen Hofmarschall. Nach dem Abitur begann er das Jurastudium in Marburg. 1905 wurde er Mitglied des Korps Teutonia Marburg. Er wechselte an die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und später an die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1907 beendete er das Studium mit dem ersten und 1912 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen. 1908 wurde er zum Dr. IUR, promoviert. 1909 heiratete Erne Steinbach aus Oberbrügge bei Lüdenscheid. Er war von 1912 bis 1913 als Richter am Amtsgericht Kassel und juristischer Hilfsarbeiter bei der Stadtverwaltung von Rhein tätig. 1913 trat er in die Verwaltung der Stadt Düsseldorf ein. Von Ende 1914 bis 1919 war er dort Polizeidezernent und von 1919 bis 1924 Finanzdezernent. 1924 wurde er Oberbürgermeister der Stadt. Wegen seiner oppositionellen Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus wollten die Nationalsozialisten ihn absetzen. Daher verdächtigten sie ihn im April 1933 öffentlich des Betrugs und verhafteten ihn. Er wurde dann in seinem Amt von Hans Wagen für abgelöst und am 22. September 1933 durch den preußischen Minister des Innern in den Ruhestand versetzt. 1935 wurde er Mitglied einer Widerstandsgruppe in Düsseldorf. Er lebte bis 1945 als Privatmann im Sauerland. Von 1929 bis 1933 gehörte Lea der Deutschen Nationalen Volkspartei an. Nach Kriegsende war er 1945 einer der Mitbegründer der CDU. Im Oktober 1945 wurde er von der britischen Besatzungsmacht zum Oberpräsidenten der Provinz Nordrhein ernannt. Dieses Amt übte er bis August 1946 aus. Von 1946 bis 1948 war er Mitglied und Vorsitzender des Zonenbeirates der britischen Besatzungszone. Ebenfalls 1946 wurde er Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen, als dessen Landtagspräsident er in den Jahren 1946-47. amtierte. 1948-49. gehörte Lea dem Parlamentarischen Rat an und war dort Vorsitzender des Ausschusses für die Organisation des Bundes und ab Dezember 1948 stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. 1949 wurde er als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Düsseldorf in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er in der ersten Legislaturperiode angehörte. Im Parlament war er von 1949 bis 1950 als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Inneren Verwaltung tätig. Von 1950 bis 1951 war er zudem Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Am 11. Oktober 1950 wurde er nach dem Rücktritt Gustav Heinemanns als Bundesminister des Innern in die von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführte. Bundesregierung berufen. Da er bei der Bundestagswahl 1953 aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtete, schied er am 20. Oktober 1953 aus der Bundesregierung aus. Lea stellte im Juni 1951 Strafantrag gegen Otto Ernst Rehmer wegen Verleumdung, was letztlich den historisch bedeutsamen Rehmer-Prozess einleitete. In dessen Urteilsbegründung festgestellt wurde, dass der nationalsozialistische Staat kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat war, der nicht dem Wohle des deutschen Volkes diente. All das, was das deutsche Volk, angefangen vom Reichstagsbrand über den 30. Juni 1934 und den 9. November 1938 hat über sich ergehen lassen müssen, war schreiendes Unrecht, dessen Beseitigung geboten war. In der Folge wurden die Widerstandskämpfer im Dritten Reich in der deutschen Öffentlichkeit von fast niemandem mehr als Verräter gesehen. Auch erhielt die Witwe des Attentäters Klaus Schenk Graf von Stauffenberg nach dem Urteil Offiziers Witwenrente von der Bundesrepublik. Lehr war ein scharfer Gegner der rechtsradikalen SRP und wurde von der Presse wegen seines Engagements gegen den Rechtsextremismus Kanonenlehr genannt. Er verklagte den Bundesabgeordneten Fritz Rössler und betrieb das erste Parteiverbotsverfahren der Bundesrepublik gegen die SRP. Nach Lehr wurde der sogenannte Lehrentwurf für ein neues Bundeswahlgesetz benannt, der vorsah 242 Abgeordnete in Ein-Mann-Wahlkreisen und 242 Abgeordnete über eine Bundesliste zu wählen, wobei jeder Wähler eine Haupt- und eine Hilfsstimme erhalten sollte, die er nicht derselben Partei geben durfte. Da dieses Konstrukt die bürgerlichen Parteien gegenüber der SPD, die damals keinen Partner für die Hilfsstimmen hatte, bevorzugt hätte, wurde es als Koalitionssicherungsgesetz kritisiert. Dolph Sternberger schrieb in einem Leitartikel, Kerls, wollt ihr denn ewig regieren? Der Entwurf wurde von der Bundesregierung bald darauf zurückgezogen. Lehr starb drei Jahre nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik. Teil Nachlässe Lehrs befinden sich im Bundesarchiv Koblenz, im Stadtarchiv Düsseldorf und im Kösender Archiv im Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg. Von 1947 bis 1956 war Robert Lehr erster Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. 1952 übernahm er außerdem von Paul Duden den Vorsitz des Marburger Universitätsbundes, den er bis zu seinem Tod innehatte. Zudem war er Vorsitzender des Industrieklub Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gotha Feuerversicherungsbank und stellvertretender Vorstand der Parkhotel AG Düsseldorf. Auszeichnungen Dr. Matt H. C. Der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ehrenbürger der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ehrenbürger der Medizinischen Akademie Düsseldorf. Ehrensenator der Universität Marburg. Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Robert Lehr-Ofer in Düsseldorf. Liegenschaft Doktor. Robert Lehr der Bundespolizei Akademie und der FH-Bund-Fachbereich Bundespolizei in Lübeck-Saint. Hubertus. Ehrenmitglied des Korps Teutonia Marburg. Robert Lehr Halli von Düsseldorf. Mit dem eler Pfote. Vielen Dank.